Hallo Leute und Willkommen zurück bei PORTEN Wir sind hier beim Teil 3 stehen geblieben Oh mein Gott, Snack Ähm Ähm Ich geh mal weiter Oh mein Gott Ok Snack mal ein bisschen Na Moment, ich tu das selben kurz unterbrechen Müsst'n gleich, Leute So, wir sind wieder zurück Wir sind jetzt fast Das Leggen hat aufgehört Ich hab nämlich was versucht zu rendern Und ich springe wieder zurück Hey, hey, ich bin's, mir geht's gut Ey, komm Ich bin wieder da Die Plattform hier sendet ein Mut-Signal aus Du warst das, oder? Gut, du such's jetzt Juhu Ich dachte einfach so rum Dachte schon, das wär meine Hm, die Plattform kann für jemanden Aber ich find's gut, dass der Kugelkopf wieder ist Aber ich find's gut, dass der Kugelkopf wieder ist Aber ich find's gut, dass der Kugelkopf wieder ist Ich fühle dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu Dankeschön Du siehst übrigens gut aus So gesund Ja Versuch's jetzt Vorgel Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann redet Du hast wohl die Ladekapazität überschritten Gut, dann senke ich eben die Decke Ja, das ist sehr nett Weil dann komm ich wenigstens Ja, das ist sehr nett Aber irgendwie wundert's mich, dass ich dann doch übelst viel wiegen müsste Dadurch, ja Dass ich Ähm Na Dass sie ein paar Nullen hinzugefügt hat, meine ich Okay Da komm ich ja eigentlich wieder hin Gut Wann waren wir doch ja So muss das gehen Für dich jetzt mal Einfach behaupten Mein Gott Check mal nicht mehr für mich Und wie bekomm ich jetzt zu diesen Dings Ja, das ist was hier die Frage Vermutlich muss ich dieses Ding hier umdenken Boom, da Okay, aber Hem Ja, wie denn Vermutlich nicht so Ja Ich probier's mal gut so aus Wahrscheinlich werden wir dann so'n Q bekommen Womit wir dann die ganze Schleisregel genauer Ja Ja Genau so wollte ich dies machen Und so ist es so richtig Oh, es leckt Egal, es hat wieder aufgehört Aua Aua Jetzt Jetzt hab ich den Q Und jetzt kann ich diesen Laserstrahl umändern Und zwar so Aua 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 Ach, hey Ich hab' nem Ich bin der Kuss verräumt Ich bin der Kuss Ich bin der Kuss und ich bin der Kuss Okay, und wie machen wir das dann jetzt? Versteh ich nicht. Hä? Können wir jetzt irgendwie anders dann dafür? Nee, Moment. Komm ich jetzt da hin? Moment, ich probiere einfach mal was aus. Wenn das stimmt, bin ich pro. Aua. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler, ein fetter Adler. Fetter. Puh. Ja, ich bin pro. Ich bin gut. Nee, das war jetzt nicht wirklich pro. Das muss man vielleicht überlegen, ist klar. Aufstuhl, äh, Aufzug. Aufstuhl? Genau, Aufstuhl. Nein, ich hab mal weiter. Naja. Cool. Da haben wir auch schon ein weiteres Level abgeschlossen. Also, was ich auch find, Portal 2 ist... Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle mir von dem Reh. Das kann nicht funktionieren. Das geht hier in eine ganz andere Richtung. Ich bin hier oben. Ich probiere mal was. Okay. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Und jetzt nehme ich dich. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Moment, Telefon, muss gleich. So, wieder da, Leute. Wie gesagt, wie komme ich jetzt dahin? Ich probiere das jetzt einfach nochmal hier kurz hier oben zu springen. Vielleicht habe ich... Nee, darauf kann ich auch nichts schießen, okay. Vielleicht da? Ja, so wird es sein. Weet. So wird es sein. Hast. Oh nein, jetzt wollte ich... Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht ist das auch einfach so da, gut. Ja. Hui, und der. Wow. So. Jetzt habe ich den hier. hinbekommen. Ich würde sagen, spring mal kurz hier. Und was bringt es uns? Ah, ja. Das heißt, wir springen hier nochmal runter. Und versuchen uns jetzt hier dran. Ja. So sieht das schon mal gut aus. Dann kommt hier noch sowas runter. Okay. Jetzt ist das Ding hier gelandet. Ah ja. Ich glaube, ich weiß es. Aber ich bin mir nicht sicher. So. Oh. Gefährt. Oh Mann. Also ich habe jetzt hier das rote Portal. Das rechts ist der. Ich bin mir nicht mehr benutzt. Mann, Mann, Mann. Links. Ja. Jetzt springen wir von hier ganz um runter. Um da hinten hinzugelangen. Oder wie? Also den Würfel brauchen wir unbedingt auf jeden Fall dahin. Das heißt, den Würfel brauche ich jetzt. Ich geh mal einfach ganz kurz runter. Und springen hier die ganzen Scheiße nochmal durch. Und vielleicht bekomme ich ja jetzt irgendwie anders. Ja. Gut, da brauche ich gar nicht mehr die Totale. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen. Aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testobjekte, als ich brauche. Ich will aber ein Reh sehen. Egal. Das sind ja nicht wegen Reh hier, sondern wegen Portal 2. Ja. Also wer Reh sehen will, da gibt jetzt in YouTube einen Reh. und der wird dazu hinleiten. Das schätze ich mal. Das wäre es für mich. Oh Gott. Ähm. Bleibt aber lieber bei mir. Oh. Okay. Oh mein Gott. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand landen. Also lass es lieber. Okay. Mach ich nicht. Aber das ist cool, so eine Brücke. Das heißt, ich kann hier wieder. Cool. Ich werde schon mal probier. Ich werde gleich gleich mal probier. Okay. Okay. Kann ich hier hin oder? Ich hab ihn gesehen! Aber sonst mit mir in den Raum nix? Oder was steht denn hier? Only not with seeing my eyes Geil! Ist das ein Easter Egg? Vielleicht Kannst mir nicht vorstellen, aber Kann ich den jetzt? Schauen wir mal vom bisschen her an Ähm, ja, dann komm ich wieder hin Ja Okay, ich glaube da hinten ist irgendwas, ich bin mir sicher Kann ich hin? Ähm, jaa, okay Okay Lass mich nicht in der Sitz Seht ihr was, wo ich durchschießen kann? Ja, ja Ich denke, wo ich durchschießen kann Wenn ich das nicht durchschießen kann Ah, da hinten ist was Okay Nein! Okay, so war das nicht geblieben Hm Okay, aber ich glaub ich weiß jetzt wie es geht Ich probier's mal aus So Schieß mal das da hin Ich glaub ja, jetzt komm ich hier da durch Ja Genau Ah, gut, da komm ich noch nicht Ja Jetzt glaub ich eigentlich noch schön zurück Können wir uns abstellen und schießen mal Ja Nein Nein Ah, gut, da komm ich noch nicht Ja Jetzt glaub ich eigentlich schon zurück Können wir uns abstellen und schießen mal Nein Nein Obwohl ich hier gar nicht hin muss What the fuck Nein Er war nicht gut Scheiße Nochmal through Ich glaub an mich, dass ich das hier schießen muss Ja Ja Da hatte ich mal wieder recht Kann den Würfel hier abstellen Nein, das geht doch schon mal So Und jetzt so Hier hingehen Und das Level ganz gechillt abschließen Jo Jo Ah nein, das geht auch viel schneller Musst du ja gar nicht mehr laufen Sehr gut Du bist ein Jäger Ein Jäger Und die Fests sind deine Beute Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Ja, ich Dachtest du Haie? Falsch Die richtige Antwort heißt Niemand Niemand außer dir ist so sinnlos grausam Egal Du bist grausamer, finde ich Also, das wäre noch eine Antwort Absolut Also, da kann auf jeden Fall Gute Neuigkeiten Gute Neuigkeiten Was denn? Wenn du sterbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unverteilhaften Knochenbau vermeidet Na toll Die Tür funktioniert nicht Cool Jemand muss sie wohl reparieren Bemüh dich nicht Ich bin gleich zurück Fass nichts an Ähm, ja Was, was spielt Hey, hey Hier oben Oh, da Da waren Vogel-Eier Die habe ich in den Türmechanismus geworfen Da war sie zu Ich, ah Vogel 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 Kommt rein Okay Das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat Er ist sauer Ja, ergibt Sinn, oder? Okay, richtig ist, wir werden hier bald ausbrechen Sehr bald, das verspreche ich Juhu Ich muss nur noch ausdüfteln, die wir hier ausbrechen Ja, das wäre ich nicht Ja, komm, sie Mach weiter mit dem Test Und denk dran Du hast mich nie gesehen Okay Hab ich gesehen? Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt Er wird nie mehr Sagen wir leben Egal, zurück zum Test Ah, okay Hier ist wieder eine Brücke Allerdings Ist die da? What? Da und da vielleicht? Nein, rechts nicht vielleicht? Wuh! Wir können sie immer noch ausbessern Falls nötig Nein Nein, es ist sogar richtig so Okay Wo ist die ganze Scheiße jetzt hin? Da Also Geht das nicht Aber das geht nicht Und nur das brauchen wir Also Machen wir weiter Wuh! Sehr gut Du warst sogar so gut Dass ich das als Lob in deiner Akte eintragen werde Juhu! So viel Platz hier Sie war gut Genug Ja, auch nicht so viel der lobenden Worte Es schadet ja sonst dem Gehirn und Das ist Keine Ahnung Was das jetzt Wie der Ersatz enden soll Ihr könnt euch so Zum nächsten Test gehören Geschütztürme Nein Find ich nicht Grundlichen Geschöpfe voller Kugeln Oh, warte Das bist du in 5 Sekunden Not Oh, ne Geht Hey Fuck Ich dachte das geht Geht das nicht Ich musste nicht das gehen Das geht doch bestimmt Vielleicht muss ich mich ducken Mach ich mal Zum nächsten Test gehören Geschütztürme Ich glaube ich muss mich ducken Weiß das Ich hab ihn nicht ducken Oh, ne Ich hab ihn nicht ducken Das bist du in 5 Sekunden. Ach egal, ich probier einfach mal was. So. Das wäre auch... Wieso? Haha. Oh! Wie ist die Geschütze zu mir rumgegangen? Ach du Scheiße. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Übertreibs mal nicht. Ja. Ah ne, ich glaube ich habe ne Idee. Ich muss den einen zum Ablocken erstmal da hinsetzen und dann kann ich den einen ausschalten und danach den anderen. Ich probier es mal. Wieso bin ich gestorben? Hä? Ich versteh ich nicht. Aber ich, es muss so gehen. Anders geht es nicht, kann ich dir nicht vorstellen. Mal schauen. vielleicht muss ich den ein bisschen besser platzieren man muss das ein bisschen mehr in die Mitte platzieren würde ich mal sagen aber ich glaube so geht das mein Gott so passt das jetzt da musste passen auf ich mal ich lasse dich nicht da bist du ja 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 Ja.